Herzlich Willkommen bei Reinigen wie ein Profi. Vor dem Haustier befindet sich bei mir Sperrmüll. So, dann dachte ich mal, gehe ich raus und gucke mir mal an, was man dort so findet. Vielleicht gibt es ja irgendetwas, was man sauer machen kann. Nach kurzem Hin und Her habe ich dann diesen wunderschönen Teppich entdeckt. Da dachte ich mir, schwieriger Fall. Ich denke mal nicht, dass man ihn noch wirklich retten kann. Wenn ich mir das so angucke, Farben ausgeblichen, an manchen Stellen sind auch Verfärbungen schwierig, schwierig. Und dennoch habe ich mich dafür entschieden, diesen Teppich mitzunehmen, obwohl ich nicht wirklich große Erwartungen habe und mache den mal sauber. So, viel Spaß und dann am Ende sehen wir uns mal das Endergebnis an. So, ich sehe, ich sehe mich für gerade heute was ausgerehrt. Nun ist das, wie wir ernst es noch bei den Haustierkunern besiedo. So, wenn ich mich weißt, was wir nennen, So, bis dahin würde ich endlich mal sehe, die Abange cere Ministerst. So, ich sjöhle, einen versuch von oben! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.